Professor Gerhard Benetker, bin Dekan der Fakultät für Psychologie und Vorsitzender des Senats der SFU. Das Psychologiestudium, das wir durchführen, war von Beginn an etwas anders strukturiert, als es an den staatlichen Universitäten ist. Wir haben uns bemüht, zur naturwissenschaftlichen Orientierung ganz stark auch so kulturwissenschaftliche Aspekte mit aufzunehmen. Wir führen unser Studium sehr praxisnah. Wir haben eine sehr praxisorientierte Ausbildung. Das hängt auch zusammen mit den Versorgungseinrichtungen, die wir haben, wo Ambulanz, Kinderpsychologisches Zentrum, in diese Versorgungseinrichtungen werden schon Studierende bei uns eingebunden. Das heißt, sehr früh lernen sie praktische Anwendungszusammenhänge kennen. Sie sind uns herzlich willkommen. Vielen Dank.